Trinksysteme. Also Systeme beim Trinken, wie zum Beispiel nach jedem Cocktail ein Glas Wasser oder Wein auf Bier, das rate ich dir, Bier auf Wein, das rate ich dir. Nein. Trinksysteme beim Bergsteigen hat vor allem was mit Ausrüstung zu tun. Aber welche es gibt und was die Vor- und Nachteile sind und warum das alles so wichtig ist, darum geht's heute im Bergsteigen-Grundlagenkurs. Nachdem wir vor kurzem im Bergsteigen-Grundlagenkurs schon die große Wissenschaft zum Thema Trinken und was man so trinken kann und sollte geklärt haben und jetzt alle Experten sind, können wir uns nun damit beschäftigen, wo wir den ganzen Saft jetzt eigentlich einfüllen sollen. Drei Systeme haben sich über die Jahre etabliert. Eigentlich zwei, aber eine Form kriegt eine kleine Extrawurst von mir. Grundsätzlich kann man mal zwischen Flaschen und Blasen unterscheiden. Beide haben irgendwie Vor- und Nachteile und wenn man die kennt, weiß man auch, was man auf der nächsten Tour eher brauchen kann. Fangen wir deshalb mit den Trinkflaschen an. Trinkflaschen gibt es aus Aluminium, Hartplastik und die klassischen Supermarkt-PET-Flaschen. Da PET-Flaschen jetzt nicht unbedingt als ein Trinksystem gelten und vor allem wahrhaft umweltunverträglich sind, teilen wir das mal in Alu und Plastik. Die Plastikflaschen haben gegenüber Alu natürlich einen tollen Vorteil. Eine Plastikflasche kann man oft in den Geschirrspüler schmeißen, dann wird sie abgewaschen und kommt sauber und frisch wieder raus. Perfekt. Außerdem kann Plastik in allen Möglichkeiten der Physik geformt und damit ergeben sich auch interessante Konzepte. Vor allem was die Aufhängung betrifft, denn die meisten Plastikflaschen haben verschiedene Möglichkeiten, sie am Klettergurt oder am Rucksack zu befestigen. Außerdem gibt es manche mit Trinkvorrichtungen, integriertem Strohhalm oder auch Schnabelvorrichtungen. Plastik ist aber eine kleine Umweltkatastrophe für sich und außerdem haben manche Flaschen das Problem, dass sie nicht BPA-frei sind und damit in Verdacht stehen, gesundheitlich bedenklich zu sein. Jedoch spricht vor allem natürlich das geringe Gewicht für die Plastikflasche. Die Aluflasche ist da was ganz anderes. Die enthält zwar kein BPA, jedoch sind diese Flaschen innen beschichtet. Löst sich diese Beschichtung über die Zeit oder wird die Flasche beschädigt und kriegt dadurch in der Beschichtung Risse, dann gibt die Flasche Aluminiumpartikel frei. Ist man über die Zeit quasi Man of Steel. Naja. Aber auch der Alu-Geschmack bei Aluminiumflaschen kann recht unangenehm sein, wobei auch manche Plastikflaschen diesbezüglich nicht perfekt sind. Was aber durchaus ein Thema sein könnte, ist, dass gute Aluminiumflaschen 10 Euro kosten, während gute Plastikflaschen eher 20 kosten. Wer jetzt gerne viel zu trinken mit hat, wird das im Geld definitiv merken. Sowohl Alu, sofern nicht als Thermosflasche konzipiert, aber auch als Plastik, haben aber die Eigenschaft, früher oder später auszukühlen und im Winter den Inhalt auch gerne mal gefrieren zu lassen. Ideal ist das nicht, deshalb sollten die Flaschen bei eisigen Skitouren oder beim Eisklettern auch eher ins Innere des Rucksacks, wenngleich sie da auch sehr sinnlos sind. Damit kommen wir nämlich schon zum größten Problempunkt von Flaschen im Allgemeinen, das Handling. Bin ich allein unterwegs, komme ich ohne viel Yoga und Pilates nicht an meine Flasche dran, wenn sie im Außenfach steckt. Und wenn doch, wie kriege ich sie denn da wieder rein? Alles ziemlich mühsam. Wenn es kalt ist und sie im Rucksack sind, muss ich den Rucksack auf jeden Fall runternehmen, um etwas zu trinken. Aber ganz ehrlich, bevor ich mir den Rucksack ständig vom Rücken pflücke, trinke ich tendenziell weniger und das kann ja wohl kaum der Sinn meiner Trinkflaschen sein. Somit wäre ein Partner am Berg immer Pflicht. Und auch das ist irgendwie nicht so richtig geil, wenn man ständig jemanden fragen muss, ob die Flasche raus und wieder rein kann. Im Idealfall ist die Person am Gletscher 15 Meter vor dir, ich will was trinken und der Person nachzulaufen ist gerade am Gletscher eine dumme Idee. Aber das gleiche gilt natürlich auch für alle Paare, wo Mann der Frau gerne mal davonläuft oder umgekehrt. Positiver W zu erwähnen ist natürlich noch, dass ich bei den Flaschen einen tollen Überblick über meinen Wasserverbrauch habe und mir den Flascheninhalt gut einteilen kann. Ein kleiner Nachteil ist natürlich, dass die Flaschen ganz schön was wiegen können, je nach Material und Bauart. Aber was wäre die Alternative zu dieser Farce und diesem System, dass irgendwie langsam alles andere als nach System klingt? Das wären die sogenannten Trinksysteme aka Trinkblasen. Trinkblasen bestehen auch aus Plastik, sind damit also genauso schädlich oder unschädlich wie die klassischen Hartplastikflaschen, werden aber ganz anders verwendet. Konkret ist das eine Blase mit einem kleinen Ablauf für den Schlauch am unteren Ende der Trinkblase und einer größeren Öffnung am oberen Ende. Über die größere Öffnung wird Wasser eingelassen, an der unteren Öffnung tritt es wieder aus, wenn man am Mundstück einem Ende des Schlauchs ein entsprechendes Ventil öffnet. Da gibt es viele verschiedene Ansätze und Möglichkeiten und das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Meistens sind es Drehverschlüsse, auf die dann nochmal zusätzlich draufgebissen werden muss, damit die Flüssigkeit auch wirklich aus dem Schlauch kommt. Im Grunde genommen ist die Idee unglaublich simpel, bringt aber ein paar wichtige Punkte mit sich. Zuallererst die Hygieneproblematik. Wer Trinkblasen mit etwas anderem als nur Wasser füllt, wird schnell feststellen, dass die Blase ziemlich ekelhaft und auch gesundheitsbedenklich wird, wenn man sie nicht wirklich sofort nach dem Einsatz immer brav reinigt und sich um die Hygiene kümmert. Und zwar nicht irgendwie reinigt, sondern mit entsprechendem Werkzeug. Denn alle Ecken sind in der Trinkblase nicht immer gleichermaßen gut zu erreichen, deshalb braucht es da diverse Drahtbürsten und ähnliche Spielereien. Und wenn man die Blase selbst mal erledigt hat, bleibt noch der Schlauch als nächste Herausforderung, der ebenfalls nicht ganz einfach zu reinigen ist. Sollte man die Blase jedoch immer nur mit Wasser füllen, reicht es bei normalem Trinkwasser stets, die Blase mit Wasser auszuspülen, mit einem Küchenpapier einmal durchzuwischen und den Schlauch einmal durchzuspülen. Regelmäßige Reinigung mit entsprechenden Tools ist aber trotzdem hin und wieder ganz gut. Das Hygienethema mal außen vor gelassen. Gibt es auch noch andere beachtenswerte Dinge, wie zum Beispiel den Überblick über die Trinkmenge. Denn die Trinkblase wird hinten im Rucksack unsichtbar verstaut und auch während man über den Schlauch ansaugt, lässt sich die Restmenge nicht wirklich erkennen. Ziemlich blöd, vor allem dann, wenn man den eigenen Wasserbedarf noch nicht wirklich gut kennt. Wer viel trinkt, weil er glaubt, es sei noch viel da, könnte auf halber Strecke ohne Flüssigkeit dastehen. Wer sich um wenig Flüssigkeit zu viele Sorgen macht, spart dann vielleicht so viel, dass er fast alles wieder mitnimmt und letztlich durstiger bleibt, als es notwendig gewesen wäre. Also beides nicht ideal. Deshalb sollte man sich gerade, wenn man noch im Bergsport neu ist und seinen eigenen Körper dabei noch nicht so ganz kennt, erstmal vorsichtig sein. Wer trotzdem mit Trinkblasen beginnen will, sollte folgendermaßen vorgehen. Nimm dir erst die Trinkblase voll aufgefüllt mit und pack zusätzlich eine klassische Flasche Wasser ein. Diese dient als Worst-Case-Lösung. Die Trinkblase verwendest du am besten jetzt nicht zu zögerlich, sondern einfach dann, wenn du der Meinung bist, dass du jetzt was trinken willst. So sollte es im Idealfall auf einer Bergtour ja auch möglich sein. Wenn du während der Tour merkst, ups, die Trinkblase ist leer, kannst du immer noch gut haushalten mit dem Rest, den du für alle Fälle mitgenommen hast. Wenn trotzdem etwas übrig bleibt, weißt du, dass du damit auskommst. Aber beachte dabei unbedingt immer die Umstände der Testour, denn ein extrem heißer Sommertag ohne Schatten ändert den Flüssigkeitsbedarf verglichen mit einer schattigen Skitour enorm, was du immer berücksichtigen solltest. Wenn du dir unsicher bist, lieber eine Notfallflasche mitnehmen. Über die Zeit wirst du relativ gut abschätzen können, bei welcher Strecke, wie vielen Höhenmetern und unter welchen Umständen du wie viel zu trinken mitnehmen solltest und wirst auch in das System mit der Trinkblase immer besser hineinfinden. Doch es dauert eben etwas länger als mit einer gewöhnlichen Flasche. Wichtig bei den Trinkblasen ist, dass du auch einen Rucksack brauchst, der dieses System unterstützt. Da Trinkblasen immer moderner und beliebter werden, sind auch entsprechende Systeme mittlerweile immer öfter verbaut. Aber sicherheitshalber, man erkennt es an einer Aufhängung für die Blase und einem Ausgang an der Rucksackoberseite für den Schlauch. Ach ja, und bevor ich es ganz vergesse, es gibt natürlich noch einen relativ modernen Subtyp an Trinksystemen, nämlich die sogenannten Soft Flasks. Die sind vor allem für Leute geeignet, die auch Trailrunning betreiben, denn die kann man perfekt in die kleinen Trinkflaschenöffnungen an den Schulterträgern hineinstopfen und in die geht auch eine ganze Menge rein. Für Bergsteiger und längere Bergtouren sind die aber ehrlicherweise meist etwas zu klein und zum aktuellen Zeitpunkt auch enorm teuer. Ob ihr jetzt eine Trinkblase oder eine Trinkflasche verwendet, das würde mich wirklich interessieren, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Was findet ihr, dass noch Vor- und Nachteile von Flasche oder Blase sind und was verwendet ihr eigentlich lieber oder hättet ihr lieber etwas anderes? Auch das würde mich sehr interessieren. Wenn euch der heutige Grundlagenkurs gefallen hat, dann freut es uns wie immer, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video einen Daumen hoch da lasst. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.